Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten Reisekoffer 2022 vorstelle. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir den Delsea Paris Monkey Case Reisetrolley gewählt. Der Delsea Paris Reisetrolley sorgt für optimale Sicherheit. Er verfügt nämlich über ein zentrales Rahmenschloss mit dreistelliger Zahlenkombination plus TSA und zwei Verschlüssen. Sie werden sich nicht mehr mit beschädigten Koffern am Zoll herumschlagen müssen. Das TSA Kombinationsschloss bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Hab und Gut mit einem persönlichen Code zu sichern. Gleichzeitig überlassen Sie der Transport- und Flugsicherheitsbehörde die Möglichkeit, Ihre Sachen zu kontrollieren, ohne den Koffer zu beschädigen. Ermöglicht wird dies durch einen speziellen Schlüssel. Darüber hinaus hat dieser Handgepäckkoffer eine körnige Oberfläche auf der Vorder- und Rückseite. Das macht ihn unempfindlich gegen Kratzer. Außerdem besteht er aus einem Konstruktionsmaterial, das aus Prolipropylen besteht. So kann dieser Delsea auch starke Stöße sehr gut verkraften. Auch dies ist ein Vorteil, der zu seiner Manövrierfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit beiträgt. Wie immer bei Top Tech, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren möchten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos, dort haben Sie alle klickbaren Links zu Ihrer Verfügung. Auf Platz 3 haben wir das Samsonite S-Cure Travel Case Spinner gewählt. Das erste Element, das uns bei diesem Modell unter den besten Reisekoffern auffällt, ist ein sehr praktischer Aspekt. Nach den verschiedenen Meinungen, die wir gesammelt haben, ist der Samsonite S-Cure Spinner ein weicher Koffer. Er verfügt nämlich über zwei Tragegriffe an der Seite. Auf diese Weise können Sie ihn sehr leicht transportieren. Außerdem hat diese Reisetasche an der Unterseite Kreuzgurte, wie bei einer Wandertasche, mit denen Sie Ihre Kleidung befestigen können. Dies ist ein sehr vorteilhafter Punkt, denn Sie können bis zu 102 Liter Kleidung und Zubehör verstauen. Dank der Trennwand mit Reißverschluss und den großen Staufächern können Sie Ihre Sachen schnell verstauen. Darüber hinaus schätzen die Nutzer die Leichtigkeit und Kompaktheit, die dieses Modell zu einem ausgezeichneten Gepäckstück machen. Er kann sie auf keinen Fall bremsen. Er ist außerdem mit einem mehrfach verstellbaren Teleskopgriff aus Aluminium ausgestattet, der ihm ultimative Leichtigkeit verleiht. Allerdings wird an diesem Koffer bemängelt, dass er kein Zubehör in seinem Innenfach hat. Auf Platz 2 haben wir den American Tourister Bon Air Travel Case gewählt. Das erste, was an diesem Spinner Smallstrict auffällt, er hat in der Tat eine robuste Hülle, die sofort Vertrauen erweckt, ohne dabei seinen modernen Stil zu vergessen. Man merkt sofort, dass der amerikanische Giant Tourister auf jedes Detail geachtet hat. Von den Farben über das Zubehör bis zu den Oberflächenbehandlungen wurde alles sorgfältig durchdacht. Dieses Modell erscheint in acht verschiedenen Farben. Dazu gehören Rot, Grün, Gelb und Blau. Der andere große Vorteil dieses Tourister Bon Air ist, dass er für jede Art von Reisen geeignet ist. Dies ist der Grund, warum viele Nutzer ihn laut Online-Rezensionen als den beste Reisekoffer 2022 bezeichnen. Darüber hinaus verfügt der Spinner Smallstrict über vier multidirektionale Räder und einen Teleskopgriff. Diese sorgen für optimalen Halt und bessere Handhabung. Außerdem können diese Räder um 360 Grad gedreht werden. Ein kleines Manko dieses Modells ist jedoch, dass die Schale leicht zerkratzt werden kann. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie die besten Rabatte, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten können, wenn Sie auf die Links in der Beschreibung dieses Videos klicken. Auf Platz 1 haben wir die Aerolite ABS Reisetasche gewählt. Der Aerolite ABS Reisekoffer hat es geschafft, sich als bester Reisekoffer unserer Auswahl an die erste Stelle zu setzen. Dieses Modell erfüllt perfekt die Erwartung von Reisenden mit leichtem Gepäck und wurde speziell für eine einfache Handhabung entwickelt. Darüber hinaus ist dieser Koffer robust und zuverlässig, sodass Sie nicht Gefahr laufen, dass seine Räder unterwegs brechen. Außerdem können Sie den Teleskopgriff ganz einfach an Ihre Zugkraft anpassen. So profitieren Sie von einwandfreiem Komfort und Effizienz. Außerdem verfügt dieser Koffer über ein speziell von der Marke entwickeltes Vorhängeschloss, optimierte Stauräume, eine dicke Innenauskleidung und eine gute Organisation. Dies sind wichtige Punkte, die den guten Ruf des Herstellers begründet haben. Die Außenseite des Koffers ist aus kratzfestem ABS Kunststoff gefertigt, der leicht und stabil ist. Dies bietet Ihnen einen besseren Schutz für Ihre persönlichen Gegenstände. Ich lade Sie nun ein, zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf die Links zu klicken, um alle vollständigen Spezifikationen und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, zu erhalten. Wenn das Video Ihnen geholfen hat, sich zu entscheiden, dann liken Sie das Video, das würde uns riesig freuen und abonnieren Sie den Top Tech Kanal, um mit den nächsten Videos auf dem Laufenden zu bleiben. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, das war Top Tech, ciao, ciao.